Beim langen LKW kommt immer zur Visualisierung der Achslasten ein Wabco Smartboard zum Einsatz. Und da Wabco das alte System durch ein neues bedienerfreundlicheres System ersetzt, stellt euch KroneTV heute die wesentlichen Funktionen des neuen Gerätes vor. Was sofort ins Auge fällt, es gibt nun deutlich mehr Tasten. Und durch Drücken einer x-beliebigen Taste wird das Hauptmenü aktiviert und angezeigt. Mit den drei Tasten jeweils rechts und links vom Display wird der Untermenüpunkt ausgewählt, der im Display unmittelbar neben dem Taster angezeigt wird. Ist dann ein Untermenüpunkt ausgewählt, navigiert ihr mit der rechten Taste unterhalb des Displays durch die ausgewählte Funktion, sofern sie mehr als nur eine Seite hat. Im Hauptmenü finden wir zum Beispiel die eingangs erwähnte Achslastanzeige. Oder ein Kilometerzähler. Wenn ich weiter im Menü blätter, gibt es oben links eine Bremsbelagverschleißanzeige unter der Maßgabe natürlich nur, dass eine entsprechende Sensorik verbaut ist. Und der Menüpunkt oben rechts befasst sich mit der sogenannten Bounce Control. Zum Untermenüpunkt Bounce Control wird es noch einen separaten Beitrag in KRONE TV geben. Die Funktionen Opti-Load und Opti-Turn können mit dem Smartboard deaktiviert werden. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ich die Seitenführungskraft aller sechs Reifen benötige. Wir konnten euch heute natürlich keine vollständige Bedienungsanleitung des neuen Smartboards liefern, haben euch aber hoffentlich die ersten Schritte zum Learning by Doing erleichtert. Aber wie immer gilt, wenn ihr konkrete Fragen habt, bitte jederzeit herzlich gerne her damit. Und bis dahin, bleibt zuversichtlich.